so guten abend oder gute nacht aus istanbul hier ist es jetzt 23 uhr 40 ungefähr und ja jetzt versuche ich zum gait b16 zu kommen weil ich von dort aus weiter nach jakarta fliegen werde von hier aus dauert es ungefähr 13 bis 19 da 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht alles so schön aus mit dem ganzen Gold. Da oben gibt es sogar ein Museum. Vielen Dank. 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 So, und hier müssen wir jetzt leicht rechts abbiegen. Hier kann man ein kostenloses WLAN bekommen. Aber nur für eine Stunde. Ja, das ist ja...